ja hallo mein lieben und herzlich willkommen ja mein freund und ich wir haben jetzt mal einen ausflug gemacht zum tagebau zwengau leipziger land ist das und guckt euch das mal bitte an so hammergeil und ja wir sind mit dem fahrrad hergekommen richtig fett geilstes wetter und da ist auch schon und guckt euch das mal bitte an das wollte ich euch eigentlich gerade mal zeigen richtig cool und hier die riesen schaufeln gegen sonne ist eigentlich gar nicht so toll und in die schaufeln haben sie so sitzgelegenheiten gemacht hallo und ich stelle mich jetzt einmal hier in so ein ding rein so das seht ihr ich passe ja locker dreifach fünf verein sagt da bin ich und einfach richtig also zum vergleich meine hand wie auch immer jeden fall richtig cool und ja wir gehen jetzt da oben essen da ganz ganz oben am aussichtsturm schatz macht keine randale und ja dann würde ich sagen bis gleich oben auf dem aussichtsturm ich weiß gar nicht ob ich mich beentüren könnte weil das hier extrem störend und da unten kommen die ganze haren und ja richtig geil und ja richtig geil und ja